Die Bauchatmung. Die Patientin legt die Hände auf den Bauch. Sie atmen wieder über die Nase ein und über den Mund wieder aus. Die Lippen sind leicht aufeinandergelegt. Die Patientin versucht die Atmung zu spüren. Bei der Einatmung hebt sich der Bauch und bei der Ausatmung senkt sich der Bauch. Auch hier wird dreimal die Atemübung durchgeführt und dann wieder mit dem normalen Atemrhythmus weitergeatmet.